So, was geht heute auf YouTube? Hol Eist Out Uhr. Eist Out. Das sieht man. Das sieht man. Das sieht man. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das, Johan? Sieht man das? Moin. Servus. Moin. Ich soll mir Eist Out. No front. Sieht man das? Hol Eist. Sieht man das? Sieht man das, Johan? Sieht man das? Das sieht man. Servus. Ich sollte mir Eist Out besorgen. Ja. Ja. Check. Check. Ey. Siehst du wie es glitzt? Zeig mir einen im Netz, ein Mapling an der Wrist hat. Wenn meine Steine beleidigt, dem brech ich die Beine, wie es meine Patek mit Licht macht. Mehr links in der Kübener als Rick Ross. Die Hater verfassen nur Shitpost. Doch die Lines sind so heiß, darum schmitz auf mein Eis. Es war Quick Drop. Kann nur der Sonnenbrille, nicht mehr in den Spiegel gucken, weil meine tausend Brilli sonst so wie Behinder funkeln. Mit den Rocks an meinen Halt bring ich Licht ins Unkrecht. Alle wie Galaxien mit den Hicken. Ich nehm nur Eis auf. Ich kauf, was ich mach, geh zum Markt, mach mir Eis drauf. Ich gebe kein Scheiß drauf. Gebe tausende Scheine für Steine aus Eis auf. Die Rolli ist Eis auf. Der Trolli ist Eis auf. Die Omi, mein Omi, die Kette ist Eis auf. Alles ist Eis auf. Digga, Digga, Digga. Sieht man das? 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 Alles ist Eis auf. Junge, wo bleibt die Reaction von Unge? Hab mehr Kohlenstoff und meinen Hals als du in der Lunge. Lass mir das Eis auf der Zunge zergehen. So viel Eis in der Casa, man kann meinen Blasen. Stecker vom Himmel aus und sehen. Geh ich raus, denk die Nase an. Ich wär'n Himmelsphänomen. VBS ohne Stress, alles geproofed. Stift und Warentest, ruft mich an und sagt, es gut. Das muss schon was heißen. Eis auf Gleisen, Eis auf Reifen, Eis auf Steifen, Eis auf Gleichen. U, Eis auf Zug. Und jetzt ist alles Eis out, ich wollte doch nur ein Armband tragen. Ist es langsam zu viel? Lass mal kurz mal Handfragen. Ey Bro, nicer Drip, würde ich genauso tragen. What? Die Roli ist Eis out, der Trolli ist Eis out. Die Omi, mein Omi, die Kette ist Eis out. Alles ist Eis out. Digga, Digga, Digga. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Alles ist heiß, alles ist heiß, alles ist heiß Entschuldigung, sieht man das? Freunde der guten Laune, checkt jetzt direkt Cologne Watch aus. Das ist die geilste Uhren, die du bekommen kannst. Checkt mal den Kanal von Cologne Watch in der Beschreibung aus, Leute. Danke auch an Justin, checkt ihn auf jeden Fall auch in der Beschreibung aus. Danke, dass ihr alle dabei wart. Schon krass, dass jeder gerade über dieses Eisdaut redet. Schon funny. Passt, was? Ja, ist okay. Und jetzt war es drive. Ich bin bereits auf jeden Fall. Ihr habt, wir haben, können wir unsere Re本leitung vor.